Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von DrangSageOnline. Heute erfahre ich mir die 200. Kleeblatt, die beiden, die jetzt gerade eben gedroppt sind beim Gaukeln, weil hier gerade ein 26.000 Anamant, 26.000 Goldjackpot hier drin war und ich unbedingt gaukeln wollte, weil er so hoch war und ich diese verdammte tägliche Mission im Video machen wollte. Zählen diese zwei Stück nicht! Deswegen, das hier ist das 200. Kleeblatt. Die da oben nicht! Das hier, das 200. Deswegen, dass wir jetzt den Videotitel davon nicht kaputt machen. Dieses Mal nicht! Nein! Ja, was muss ich machen? Einmal King Heredo kaputt machen. Dazu gehe ich hier rein, nehme mir eine Reiseration, gehe dann hier auf Schmerzhaft rein und mache ihn eben kalt. Und danach gibt es vier Duelle PvP, die ich gewinnen muss. Ich glaube, das ist jetzt sogar auch ein krasses Video, denn es gibt seit Ewigkeiten immer wieder PvP von mir. Allerdings freue ich mich so gar nicht drauf. So, ich hoffe zumindest, dass es einigermaßen schnell vonstatten geht hier. Der Punkt, wenn man hier mit den Zeugs hier macht, kann man nebenbei ruhig mal ein bisschen farmen und ein paar Mobs umklatschen. So, ich gehe jetzt auf Schmerzhaft rein. Denn, wenn man den Buff am Leben hält und quasi eigentlich jeden Mob, jeden Gegner auch mit kaputt macht. Oh, guck mal, eine geile Truhe! Jawohl! Ich nehme noch alles schnell auf, bevor da was Böses passiert. So, hier habe ich auch schon wieder ein schönes Item. Eigentlich kann ich alles direkt super schnell geil aufnehmen, so. Denn diese beiden Buffs, die bleiben auch im PvP, ansonsten wäre es ziemlich unfair. Und deswegen versuche ich jetzt noch ein bisschen den Buff aufzubauen. Aber sobald man einmal im PvP stirbt, sind die Buffs halt wieder weg und dann ist es halt dann halt... Deswegen ist im PvP das Sexten-Set besser. Sag ich jetzt mal. Unter anderem auch, weil man da halt nicht so viel Crit braucht wie in CWs. CWs, mhm. Jum, 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 jum. So. Oh, jetzt komm schon, du äl. Ich wollte die jetzt eben schnell fertig machen. Weißt du, das Schlimme ist, ich kann ja sogar auch verlieren, weißt du? Beziehungsweise wahrscheinlich werde ich sie sogar oft verlieren. Oh, jetzt habe ich sogar fast den Hunderter-Stack drin. Äh, ne, ne, ne. Der Hunderter-Stack wird jetzt voll gemacht. Heute lasse ich mich hier nicht verarschen. Wie auch gerade mit deinen Kleeblättern. Äh, wo sind jetzt noch zwei, drei Stück? Leute, seid nicht so schüchtern. Ja. Ja. Nimm das den Item auf. Jawohl, geklappt. 100%. So, jetzt kann ich euch zeigen, dass das Ding da drin bleibt. So, und ich hoffe mal jetzt, äh, dass ich den Phönix jetzt direkt, äh, One-Hit besiegen kann. So, damit der Buff am Leben bleibt, so. Sieht ihr, der Buff bleibt am Leben. Ja, und der Buff bleibt weiter am Leben. Also wenn man halt, äh, Glück hat, kann man den halt, äh, wirklich, äh, geil verwenden. Easy. So läuft quasi PvP mit unter anderem zur Zeit, denn ich bin in ein relativ seltsames Elo reingekommen, in dem ich plötzlich keine Herausforderung mehr bekomme, was ich teilweise echt nicht so geil finde. Es sei denn, ist es ein Tank-Dicker oder ein Zweihand-Dicker. Also, daher, der Kampf könnte jetzt, wobei er Centurion, das dürfte absolut nur ein Problem sein. Ja, weißt du, Centurion ist halt, ha, ich bin ja eigentlich geskillt in PvP. Ja, kann man jetzt nicht mehr sehen. Dankeschöns-Spiel. Oh, jetzt, jetzt, jetzt ist, äh, kritisch angesagt. Jetzt hätte ich, äh, sobald man lowlife ist, ist man quasi, äh, wirklich so, jeder Nächste ist, ist tot. Macht einen tot. Deswegen sollte man da ein bisschen aufpassen. Oh, und jetzt, äh, jetzt bin ich gleich an einem Punkt angelangt. Jetzt sind die gleich Duelle fertig und, äh, dann ist das Video schon wieder zu kurz, weil PvP ist halt einfach, entweder man gewinnt übertrieben krass oder man verliert übertrieben krass. Aber so ein faires Duell gibt's quasi in dem Spiel nicht mehr. Was gab's für 45er-Zeiten, wobei es dauernd nicht wirklich fair war, weil damals das Spiel noch deutlich stärker Pay-to-Win war. So, ich nehm jetzt kurz ein Monsterschen mit. So, hab den Buff. Nein, da waren zwei Atem, ich hab den weggeklickt. Nein, ich bin behindert. Oh, Großmarschall. Das dürfte ein relativ, sogar, sogar echt spannendes Match sein. Ich dürfte wahrscheinlich sogar einen Buff einmal verlieren. Oh, weil's ein, weil's ein Tank-Dicker ist. Dann kann ich quasi schon ein, ein, äh, wer ist das hier, die Segel streichen, weil die kriegt man irgendwie nicht platt. Aber ich versuch's mal. Aber man kann's vergessen, weißt du? Das ist halt, unbalanced ist fuck, weißt du? Entweder, entweder gewinnt man übertrieben, oder man kann sie halt direkt aufgeben, weißt du? Weißt du, dass das eigentlich möglich ist, weißt du? So ein Tank macht mehr Schaden, ist halt, unbalanced PvP, halt, like Drachen, dann. Wie gesagt. Ich glaub, dafür müsste ich, äh, wieder mit Eisenstieren zocken, aber da hab ich kein Bock. Beziehungsweise, er nimmt da einmal seine, äh, Drachenhaut rein, und dann ist das eh wieder egal, und bringt eh nix. Seitdem nämlich die Drachenhaut halt entschärft wurde, ist das halt peng. Aber hier, der ist wieder, wieder nix, weißt du? Weißt du, den schnieft man einfach eben weg, und das war's dann. Weißt du, diese Buffs bringen auch nicht wirklich was. Weil, äh, was bringt mir jetzt 20% Schaden mehr oder weniger? Das ist, äh, quasi komplett peng. Also, jetzt jeden Kampf mir extra diesen Buff zu auffahren, äh, muss ich jetzt nicht. Das mach ich halt nur, wenn es halt lange beim... lange dauert. Ich sprinte meistens immer direkt los, geh dann halt in den Map rein, und sobald ich in der Map drin bin, ist es meistens so, dass ich dann schon direkt eine Runde beginnt. Wie grad eben quasi auch. Bloß da hat's noch etwas länger gedauert. So, bin ja mal gespannt, wenn ich den jetzt gleich wieder besiegt hab, dass dann direkt eine Runde startet, so. So, schön Stein dabei. Da haben wir jetzt noch einen Ring bekommen. Nice, da ist das. 19 Stacks. Und ein... Oh ja, den, den kriegt man, kriegt man wohl wieder platt. Ja. Oh, 4 Schaden mehr und 2% Crit mehr. Crit ist eigentlich komplett irrelevant. Und weg ist er. Also ich benutze eigentlich nur noch mittlerweile diesen Laser, weil damit kann man so etwas auf Range gehen beim DK. So kann man so ein bisschen auf, äh, Magier machen und so weiter. Und zuck, weg ist er. Und jetzt dürfte es fertig sein. Jawoll, da habe ich mein 200 Klee-Wart gekriegt. Jawoll. Also die Aufnahme wollte ich eigentlich schon heute Morgen machen. Allerdings war heute Morgen etwas zu stressig. Deswegen, ja. Deswegen halt der Zufall, deswegen gerade auch noch einmal kurz gaukeln musste ich gehen. Habe, glaube ich, 1.000 Goldlose vergaukelt. Der ging plötzlich mega ab. Weißt, ich habe bei 16.000, ich habe bei 15.000 angefangen zu gaukeln. Und der ist dann so schnell gestiegen, Alter. Auf 26.000. Es war innerhalb von 10 Minuten war das Ding weg. Das war schon krass. Das ist auch schon gerade ein richtig schöner Jackpot. So 400.000 ist schon nicht schlecht. Ist aber auch nicht gut. Kann auf jeden Fall noch etwas mehr sein. So eine Million mehr ist schon fein. Ich bin ja auf jeden Fall enorm weit oben. Mit den Kleeblättern. Joa. Dann werde ich gleich demnächst mal etwas... Wobei, ich habe sogar noch ein kleines bisschen Content, was ich zeigen kann. Anstatt jetzt alles mit Gaukel zu verschwenden. Kann ich ja jetzt... BÄM! Hier noch ein paar Steine craften. Das wollte ich nämlich in der Aufnahme machen. Vom letzten Wehrwolf-Event sind die halt übrig. Jetzt habe ich die gecraftet. Wupp! Wupp! Ich habe da statt sechs zwei größere drin. Und ich kann da jetzt noch... Noch ein Ding machen. Soweit ich weiß, kann ich die jetzt nehmen. Jetzt kommt. Gib mir die. Und crafte mir... Den heuligen. Schwuppdiwupp. So. Soweit, so gut. Dann nehme ich mir den hier raus. Packe den hier oben rein. Und schwinge da mein Tanzebein. Packe hier dann nochmal vier Prozent rein. Ich meine, es bringt... Jetzt ist quasi keine Steigerung da. Denn drei mal sechs sind achtzehn. Acht plus vier plus vier sind sechzehn. Das heißt, da hat sich jetzt... Oh, Moment mal. Dann habe ich ja sogar ein bisschen schlechter. Wow. Wobei, hier habe ich jetzt halt einen Platz frei dafür. Und kann da jetzt einen wieder reinpacken. Okay. Ich glaube, ich habe doch wieder verkackt. Ah, komm, da verkackt man richtig. Weiße, Attack Speed Point geht eh nicht weg. Deswegen... So. Können wir da auch noch reinpacken. Wupp. Wuppala. So. Jetzt gucke ich nochmal kurz nach, ob ich noch irgendwo weitere Speed Steine habe. Wobei, ich kann es wieder richtig clever machen. Und nehme lieber einen... Zwei Prozent Attack Speed Stein plus dann halt noch... Bisschen Crit. So, jetzt bin ich quasi bei mehr Crit ohne Pet. Nice. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie viel da jetzt eigentlich gesteigert wurde. Aber ich glaube, da wurde nichts gesteigert. Ich dürfte wahrscheinlich sogar genau gleich sein. Also, ich sage mal so, hier habe ich 18 gehabt. Hier habe ich hier... Vorher waren es 18 halt. Und jetzt habe ich hier 14. Und hier waren es vorher 10 plus 8. 12. Sind jetzt 16. Also, da habe ich quasi genau gleich, ne? Oder 2 Prozent mehr. 8 plus 4. Da sind jetzt plus 4 gekommen. Da minus 2. Ne, plus 2 müssten es sein, ja? Und plus 6 Crit Schade, ja? Da hat sich doch wieder was ausgegangen. Also, so ein bisschen Craftnir, Einheiligen, da wieder gemacht. In überragenden Saphir gemacht. 200 ist das Kleeblatt. Ja, haben wir wieder einiges erreicht. Also, habe ich einiges erreicht. Jetzt habe ich hier ein Loch im Momentar. Und will ich jetzt erstmal stopfen. Wie ich jetzt hier rede. So. Wunderschön gestopft. So. Ich würde mal sagen, dann ist die Folge auch schon wieder am Ende angelangt. Ja. Bis zum nächsten Video. Ciao.